Ist es euch schon mal aufgefallen, im Theoriebogen wird manchmal von vor Fahrt und manchmal von vor Rang gesprochen. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, vor Fahrt und vor Rang ist ein Unterschied. Wo liegt der Unterschied? Das will ich euch jetzt erklären, jetzt gut aufpassen bitte, denn das sind jetzt Grundlagen. Von einer Vorfahrtsituation spricht man immer dann, wenn sich zwei Fahrzeuge kreuzenderweise begegnen. Wenn die sich also irgendwie kreuzen, ich mache das hier mal erkenntlich, jetzt haben wir natürlich eine Vorfahrtsituation, denn es können ja nicht beide gleichzeitig fahren. Also eine Vorfahrtsituation spricht man immer davon, wenn zwei Fahrzeuge sich kreuzen oder wenn sie sich auch bedrohlich nahe kommen, könnte man auch davon sprechen. Und jetzt kommt es, bei einer Vorfahrtsituation kommt es nicht darauf an, wo man hin möchte, es kommt nur darauf an, wo man herkommt. Ein Beispiel, nehmen wir mal an, wir kommen von der Vorfahrtsstraße, das Schild werdet ihr alle kennen. Dann, dann machen wir es kompletterweise da auch noch hin, dann haben ja die anderen beiden Straßen, also die Querstraße hat dann logischerweise Vorfahrt achten. So und jetzt kommt es, es kommt nicht darauf an, wo ich hin möchte. Wenn ich von der bevorrechtigten Straße komme, habe ich den untergeordneten Straßen gegenüber Vorfahrt, egal wo ich hin möchte. Das heißt, es spielt jetzt keine Rolle, ob ich gerade ausfahre oder ob ich jetzt rechts abbiege oder ob ich jetzt hier links abbiege. Wenn ich von der bevorrechtigten Straße komme, und das tue ich ja hier, habe ich den untergeordneten Straßen gegenüber Vorfahrt, egal wo ich hin möchte. Das wäre jetzt vielleicht mal ein Beweis für all diejenigen, die jetzt denken, dass Linksabbieger immer warten müssten. Das stimmt hier eben nicht. Auch wenn ich jetzt hier links abbiege, muss der andere hier warten, denn der hat schließlich Vorfahrt achten. Gut, also wenn man sich kreuzenderweise begegnet, spricht man von Vorfahrt. Da kommt es nicht darauf an, wo man hin will, sondern es kommt nur darauf an, wo man herkommt. Was ist dann Vorrang? Von Vorrang spricht man, wenn man sich parallel begegnet. Nun, was ist parallel? Das kennt ihr noch aus dem Geometrieunterricht aus der Schule. Das hier sind jetzt parallel verlaufende Linien. Und wenn man sich parallel begegnet, spricht man von Vorrang. Und dann ist es so, dass derjenige, der abbiegt, entweder jetzt nach rechts oder auch nach links, dann hat der Parallelverkehr dann noch Vorrang. Was könnte sich jetzt, bevor wir hier rechts oder links abbiegen, im Parallelverkehr befinden? Das habe ich hier vorbereitet. Zum Beispiel, wenn wir links abbiegen, haben wir im Parallelverkehr den Gegenverkehr. Der hat dann noch Vorrang. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele denken, dass sie beim Linksabbiegen immer warten müssten. Naja gut, das ist nur dann der Fall, wenn dann Parallelverkehr kommt. Was könnte sich sonst im Parallelverkehr befinden? Wenn wir jetzt links abbiegen, könnte ich hier noch einen Radfahrer haben, dort am Radweg vielleicht. Der kann natürlich auch von der anderen Seite kommen. Die können immer beidseitig auch kommen, teilweise auch ganz legal. Oder wenn wir jetzt rechts abbiegen, haben wir natürlich hier noch den Radweg. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Es könnten sich dort auch noch Fußgänger befinden. Also Fußgänger sind zwar keine Vorfahrtsteilnehmer. Wenn die jetzt quer kommen, gilt mehr so gegenseitige Vorsicht und Rücksicht. Da dürfen wir natürlich die nicht gefährden. Aber wenn wir jetzt rechts oder links abbiegen, dann haben hier beim Rechtsabbiegen an der Seite, im sogenannten Parallelverkehr, Radfahrer, Fußgänger, Hundekatzen, Mäuse haben Vorrang. Übrigens auch dann, wenn das hier kein markierter Überweg ist, der Parallelverkehr trotzdem Vorrang. Und wenn wir jetzt links abbiegen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Parallelverkehr. Dann müssen wir den Gegenverkehr durchlassen und die Radfahrer, Fußgänger, Hundekatzen, Mäuse, die sich hier noch am Bürgersteigradweg befinden, müssen wir natürlich dann auch noch durchlassen. Deswegen müsst ihr ja vor dem Abbiegen immer schön den Schulterblick machen, dass ihr da bloß keinen Parallelverkehr überseht. So, und bei den Vorfahrtsfragen ist es nun so, nun müsst ihr erst mal gucken, wer hat denn Vorfahrt? Das betrifft dann die kreuzenden Fahrzeuge. Und wenn dann einer nach rechts oder links abbiegen möchte, dann muss der Abbieger auch noch, bevor er abbiegt, seinen sogenannten Parallelverkehr durchlassen. Weil dort haben wir dann eine Vorrang-Situation. In größeren Städten könnte man vor dem Abbiegen noch ein bisschen mehr an Parallelverkehr unterwegs haben. Könnte es zum Beispiel sein, dass hier an der Seite noch eine Straßenbahn verläuft oder vielleicht eine separate Busspur. Dann befindet sich hier die Straßenbahn oder der Bus eventuell auch im Parallelverkehr. Und bevor wir rechts abbiegen, müssen wir den dann auch durchlassen. Oder es könnte sich natürlich auch hier eine Straßenbahn befinden. Dann müssen wir, wenn wir links abbiegen, natürlich auch die Straßenbahn erst noch durchlassen. Aber nicht, dass ihr jetzt wieder denkt, eine Straßenbahn hätte immer Vorrang. Nein, das ist nicht der Fall. Die Straßenbahn hat nur dann hier ausnahmsweise, wenn wir jetzt gerade links abbiegen, Vorrang, weil sie sich zufällig im Parallelverkehr befindet. Deswegen hat sie Vorrang, weil sie dann quasi wie hier an der Seite die anderen im Parallelverkehr, auch wie ein Radfahrer quasi zu behandeln ist. Dazu gibt es eine Textfrage. Sie wollen an einer grünen Ampel links abbiegen. Und links neben Ihnen möchte eine Straßenbahn geradeaus. Das wäre hier diese Situation. Ja, dann müssten wir die Straßenbahn erst mal noch durchlassen, weil sie sich im Parallelverkehr befindet. Gut, eine Vorfahrtssituation betrifft den kreuzenden Verkehr. Eine Vorrang-Situation spricht man davon, wenn man sich parallel begegnet. Vielleicht dazu noch ein Beispiel oder zwei Beispiele. Die meisten von euch wissen schon. Sagen wir mal, ihr fahrt hier und ihr habt jetzt hier ein parkendes Fahrzeug stehen. Es muss ja immer derjenige warten, der das Hindernis auf seiner Seite hat. Das wissen die meisten von euch. Das heißt, wir müssten jetzt den Gegenverkehr durchlassen. Hat der Gegenverkehr jetzt Vorfahrt oder Vorrang? Nun ja, wir haben hier wieder eine Parallelbegegnung. Somit spricht man jetzt hier von Vorrang. Also wenn jemand sagt, der Grüne hat Vorfahrt, dann meint er vielleicht das Richtige. Aber im Fragebogen wäre es eigentlich eine Vorrang-Situation, weil es sich um eine Parallelbegegnung handelt. Ebenso, wenn ihr zum Beispiel Engstellen habt. Ich male hier mal eine Engstelle. Oder es kann auch eine Baustelle sein. Und dann gibt es ja manchmal auch, also wenn es nicht beschildert ist, dürfte dann derjenige fahren, der zuerst da ist. Aber manchmal hat man diese Schilder, die dann an einer Engstelle oder an einer Baustelle regeln, wer zuerst fahren darf. Wenn wir dieses Schild hätten, dieses hier, dann dürften wir fahren, dann hat der Gegenverkehr rot, da dürfen wir zuerst fahren. Und wenn wir dieses Schild hätten, das wäre das Gegenstück dann auf der anderen Seite, da haben wir den roten Pfeil, wenn wir das Schild hätten, müssten wir warten. So, wenn wir also dieses Schild hätten, an der Engstelle dürften wir zuerst fahren und der Gegenverkehr muss warten. Worauf ich hinaus wollte, die Theoriefrage lautet, gibt mir dieses Schild Vorfahrt oder Vorrang? Vorrang. Na, Vorfahrt gibt mir dieses Schild nicht, denn es handelt sich ja um eine Parallelbegegnung. Somit regelt dieses Schild nur den Vorrang. Das nochmal zur Verdeutlichung einer Vorrang-Situation. Nun wollen wir das Ganze nicht so kompliziert machen. Wir kommen gleich noch zu den Vorfahrtsfragen, wo ich euch das noch alles genau erkläre und wo wir darauf dann gleich nochmal zurückkommen.